Die Austria bekannt stark bei Standardsituationen, es brennt wieder der Hut im Strafraum der Tiroler Acimovic und der Ball ist erneut im Tor. 2 zu 0, 2 zu 0, Jacek Bank lässt sich feiern als Torschütze. Der Pole erzielt seinen dritten Treffer, mit dem Hinterkopf war er hier erfolgreich und es ist kein Zufall. Die Austria ist die stärkste Mannschaft, was das Kopfballspiel betrifft. Ein anderer Verein hat mehr als neun Kopfballgegentore bekommen. Die Austria ist die größte Mannschaft, was das Kopfballgegentore ist.